Hallo, ich bin Elisabeth und bin Azubi bei der Sparkasse Tauberfranken. Wir bereiten heute mit euch das Cookit Easy Menü rund um die Kartoffel zu. Wir sind heute zu Besuch bei Möbelschmidt in Königshofen. Lea, Sergej und ich haben für euch ein typisch russisches Drei-Gänge-Menü vorbereitet. Klickt euch doch einfach mal durch und viel Spaß beim Selberkochen. Wir beginnen zuerst mit dem Salat Olivier. Was braucht ihr überhaupt dazu? Ihr benötigt drei Kartoffeln, 200 Gramm Gewürzgurken, 200 Gramm Erbsen, dazu noch zwei Karotten, 200 Gramm Wurst. Wir haben jetzt Dr. Skaia benutzt, ihr könnt aber genauso gut 200 Gramm Wiener Würstchen nehmen. Drei hartgekochte Eier, dann dazu Pfeffer, Salz, Diel und Mayonnaise, Frühlingszwiebel und zuletzt noch einen Apfel. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt haben wir soweit alles fertig gekocht, geschnitten und geschält. Und typisch für den Salat Olivier ist es, dass alles in kleinen Würfelchen zubereitet wird. Wichtig ist es jetzt, dass zuerst alle harten Zutaten miteinander vermischt werden. Das heißt, alles bis auf die Kartoffeln und die Eier. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, der Salat Olivier ist jetzt fertig. Jetzt könnt ihr ihn nur noch abschmecken und gegebenenfalls nachwürzen. Meiner ist genauso perfekt. Ich brauche nicht mal nachwürzen. Viel Spaß beim Nachmachen und genießen.